Hallo? Hi, Robert, ich bin's. Was geht ab, Alter? Du, ich habe sturmfreie Bude heute Abend. Ich wollte eigentlich ein bisschen chillen. Ja, wir können ein Tütchen rauchen. Wenn du willst, können wir uns auch einen Film reinziehen. Ja, und, und? Wenn du willst, können wir zocken. Du, ich habe gerade da Red Dead Redemption, weißt du? Das habe ich gesaugt. Ja, natürlich illegal, meinst du? Ich bezahle für den Scheiß.